um um hier die klinik hart Entschuldigung, das, äh, sowas darf man ja nicht sagen, glaube ich. Was? Ähm, okay. Ähm, töten? Vielleicht? Oh je. Oh nö, oder? Jo, ich mach jetzt einfach mal Licht. Das bringt doch nix, wenn kein Nebel da ist. Oder etwa doch? Und wieso? Ich hab wieder einen riesen Fehler gemacht. Na vielleicht, wenn sie alle gleichzeitig, nein. Äh. Gott. Oder? Vielleicht? Wow. Äh. 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 Joa. Cool. Nicht mehr so cool. Ich hab keine Ahnung. Äh. Hier diesen. Dann diesen. Ah. Schon viel besser. Da. Und ich hab immer noch keine Ahnung, was ich machen soll. Der große da ist schon wieder total komisch. Stirb doch einfach. Nein. Nein. Ah. Äh. Fuck. Fuck. Yo. For show, Bro. Hehehe. Das ist so komisch, das hier. Ah. Jesus. Oh. Oh. Äh. Da war nicht so klug. Ja. Äh. Ja. Hau rein. Ne? Ja. Jetzt brusch hier unten doch noch einen. So. Der kommt da hoch. Yeah. So. Ah. Bin mal gespannt, ob das klappt. Weil wenn nicht, hab ich schon noch die Cherry Bomb. Haha. Ich versteh das hier noch nicht ganz. Wieso krieg ich Laternen? Kommt nachher. Hatte ich noch Nebel. Wollt ihr mir das antun? Das ist nur ein einzelner. Fuck. Okay, okay. Schaffst du. Das schaffst du. Ich glaube nicht, John Bob. Yeah. John Bob hat's geschafft. Ja. Wuhuu. Wuhuu. Wie komm ich auf John Bob? Nicht John. Nicht Bob. John Bob. Oh, da ist aber auch wieder ein paar. Ha. Ja. Hm. Ja. Cool. Oh, yeah. Nicht so, yeah. Nicht so, yeah. Oh, oh. 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 Sei langsam. Und hol' etwas Licht. Oder so. Ich weiß auch nicht. Stirb dran am Licht. Licht ist böse. Ich kann in Vasen gucken. Na, sagt mir das doch, ihr blöden Arschlöscher. Wenn ich mit Licht in Vasen gucken kann. Mein, ich kann hell sehen. Ja, okay. Mit dem Licht kann ich's ja. Okay, du kommst weg. So. Okay. Dann ist diese Runde doch noch gewonnen. Ich hatte schon fast Angst. Boah, das ist ja... Plötzlich... Das mit dem Vasen splattet mich jetzt. Äh. Wow. Facebreaker Endless. Strike three. Four. Ba ding. Okay. Das hier wird eine komplette Episode in Kauf nehmen. Je nachdem wie lange Stoßschalter. Ding, 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 ding. Ähm. So. So. Irgendwie sowas. Ja. So. Und dann so. Und dann so. 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 Ähm. Ähm. Stirb. 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 Danke. Ja, fuck Äh, glaube ich Okay, hat sich doch erledigt Dank der Walnuts Ach, ich hab hier noch die Cherry Bomb Streak, bye Ähm Ich bin mal gespannt, wie lange ich das noch durchschalte Wer weiß Vielleicht ja auch Für immer Nein Kann ich ja nicht Hm 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 Uh Hm Hm Na, krieg ich noch einen hier, seht ihr So So Schwierig, schwierig So Ähm Und So Oh ne, Quatsch Ach Kacke doch Fahr doch zur Hölle Äh Äh, mach ich ihn jetzt Ach Kacke Jaaah Komm schon 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 poor J Battery Is Uuh , Okay, ich glaub doch nicht, dass ich äh Bis zur Endlichkeit noch viel weiter Guin- worshst 하기 X10 schon verdammt cool wär. Äh, fahr doch zur Hölle. Was? Ähm. Hör mal, ist ja echt ganz cool von dir. Oh Gott. Äh. So. Oh fuck. Ah. Ah. Krieg ich denn keine Scheiß? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Was? Nein. Stopp. Weg zu. Nein. Leave. Okay. Also gibt's ja keinen Sieg oder so. Fangen wir doch direkt mit dem neuen Spiel an.